Wir haben ganz viel über Privilegien von Männern gesprochen. Die hatten halt die Wahl, arbeiten zu gehen, aber die mussten auch arbeiten gehen. Zu sagen, wenn ich jetzt als Mann mich um meine Kinder kümmern will, ich schicke meine Frau arbeiten oder meine Frau geht arbeiten. Das gab es nicht. Wenn ein Boot untergeht, so safe der Spruch über Jahrtausende, Frauen und Kinder zuerst. Also hier werden Leute sterben, die Frauen und die Kinder sollen bitte nicht sterben, sondern die Männer sterben für die. Ey, was ist das für ein fucking Privileg? So, redet kein Mensch drüber. Es ist immer nur so Vorstandsvorsitzende. Die ganzen schwierigen Jobs, 100% und 99% der Maurer sind halt Männer. Wird da irgendjemand hingehen und sagen, da müssen wir jetzt mal ein paar mehr Frauen. Oder halt die im Steinbruch arbeiten. Dann kommt die Frau und sagt, ich würde gerne hier eine Krankenschwester werden, weil ich möchte mich gerne um Menschen kümmern. Sorry, Quote voll, Steinbruch ist noch frei, ab mit dir. Ist das geil? Ich glaube nein.